was geht ab ja heute gibt es mal wieder ein unboxing video von mir und zwar von internet und zwar habe ich hier das schöne stück ja es war eine pci-express wlan karte dual wie man hier sehen kann und was die karte so hält ja was verspricht was es denn kostet und beziehungsweise das unboxing dann würde ich sagen bleibt einfach dran nach dem intro und dann sehen wir uns gleich wieder bis dann da gucken wir uns das gute ding doch mal an hier ja also wir haben eine schöne verpackung was kann ich auf jeden fall schon mal gleich sehen wir haben jetzt worten wir haben dualwand 2,5 gigahertz netz ja wir haben den realtech chipsatz und es ist eine pci-express karte ja wir haben ac also 1300 mbit naja sagen wir im normalfall sollte es erreichen was haben wir sonst noch wird irgendwo dran verschlüsselt konfigurationsprogramm in englisch die normalen standards wir haben hier das a b g n a c wifi 5 netz ja also es werden alle standards was aktuell so ist wird unterstützt ja ich denke die meisten mittlerweile werden ja eine oder zumindest eine relativ neue box zu hause haben ich habe selbst eine fritz box und ja da würde ich sagen gucken wir uns das ding doch einfach mal an was kann ich dazu sagen es kostet also die karte kostet aktuell 25 euro ungefähr und ja für den preis kann ich auf jeden fall schon mal sagen ist sie nicht schlecht ja das übliche dann haben wir hier schon eine schraube dabei wir haben hier eine ganz kleine oldschool ja haben wir hier noch eine cd und ich kann euch sagen die karte funktioniert ohne cd auch schon da werdet ihr aber im zweiten teil davon wenn wir die karte testen werdet ihr mehr davon sehen wollte ich hatte ein kleines problem verbinden ansonsten ergibt es natürlich sinn ja ich meine die meisten haben zwar keine cd mehr aber wenn er das system offline ist eine karte ein jahr braucht man irgendwie eine möglichkeit um die drei zu installieren und das hat man hier für linux und für windows das passt soweit ja ansonsten haben wir hier eine kurze anleitung in deutsch was wir hier quasi haben sicherheits blablabla wie man sie einbaut und so weiter und so fort was enthalten ist also nichts großartiges weltbewegendes aber es ist auf jeden fall mehr als ausreichend hier rein gar nichts mehr das können wir uns das gute ding mal an also ich habe die karte schon ein bisschen test gehabt hier ja also ich kann auf jeden fall schon mal sagen so von der verarbeitung hier also sieht sie echt sauber aus ja man kann sich das mal hier ein bisschen angucken also ich kann da jetzt eigentlich so nichts bemängeln also die sind schön sauber schön clean aus sieht auch relativ gut aus muss ich sagen also es gibt ja andere karten vom aussehen her ich meine wenn man die in den pc baut was wir hier tatsächlich noch haben das ist wir haben hier ich weiß nicht ob man sieht richtig haben wir hier so eine led eine blaue die schreit da hinten ein bisschen durch also ich muss sagen die ist schon die hat schon dampf also die ist hell ja also wenn man die karte so einbaut quasi im pc das leuchtet schon blau nach unten weg ja ja ansonsten was noch wir können hier also hier können wir quasi die a10 verdrehen wir können sie in verschiedene richtungen machen ja also das ist so mehr oder weniger wo wir sie drehen können ich meine es ergibt natürlich auch sinn ja 360 grad also das was komplett drehen können ist nicht möglich aber wenn wir sie einbauen und die karte so drin ist können wir also natürlich so drehen wir sehr gern haben wollen so nach oben im endeffekt ja und können sie dann so nach oben stellen oder halt je nachdem ausrichten wo die box dann vielleicht steht ja ich meine das ist mehr als ausreichend was will man denn sonst mehr also das geht auch relativ schwer hier also nicht locker ja man merkt ich muss hier schon sogar hinten drehen vorne halten ja wie gesagt sieht gut aus top verarbeitet ich kann eigentlich nichts negatives bis auf den punkt sagen das werdet ihr am zweiten teil sehen wegen der verbindung da hatte ich ein bisschen probleme mein main pc im test pc beziehungsweise das hat aber danach alles funktioniert und die werte sprechen auf jeden fall auf für sich das einzige doofe ist natürlich halt dass das hier so lange ist das heißt man kann es in ein kleines gehäuse kann man es leider nicht einbauen wenn man das so einen kleinen pc pult machen möchte vielleicht für für es für keine ahnung für hier fürs wohnzimmer oder sonst irgendwas ja dann müsste man natürlich gucken entweder dass man sich ein stick holt oder dass man sich extra irgendwie karte holt die vielleicht extra so ein kleines format hat oder man geht hin und keine ahnung improvisiert halt biegt sich das ding um oder keine ahnung was wir sicher flex ab aber in diesem sinne würde ich sagen wenn es euch gefällt lassen da ja und ja ich verpassen im zweiten teil zeige ich euch was meine 100 er mitleidung mit der karte hier in einem sagen wir mal low budget pc so bringt ja also in diesem sinne bis denn so nachdem wir uns das gute ding jetzt angeschaut haben bin ich jetzt hier auf meinem test pc ja da habe ich die karte mal rein gezwirbelt und wie man sieht hier ist ein quad core verbaut ja nichts besonderes 4 gb arbeitsspeicher und johann gtx 560 ja einfach um euch mal zu zeigen dass wenn man auch so eine pc-expresse karte quasi in so ein low oder teilweise pc einbaut wie sie denn hier performt kommt sie denn auch hier klar quasi mit der datenübertragung und ja da würde ich einfach mal sagen gucken wir uns das ding einfach mal an ich habe hier die app installierte bei dem microsoft store haben wir sind hier unten auch verbunden und der spuckt uns dann hier eigentlich was aus ja wir können sie jetzt zum beispiel aussuchen vodafone bla 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 falls kommen ludwigshafen also was halt quasi in der nähe ist wir nehmen jetzt einfach mal hier nehmen wir uns jetzt einfach mal das hier und lassen hier einfach mal ran durchlaufen ich muss sagen ich habe eine 100 mbit leitung hier die funktioniert eigentlich auch ohne probleme ja wie man sieht und upload bin ich mal gespannt was er denn hier bringt ja ping ist auf jeden fall normal ja das schwankt immer so ein bisschen ist ja klar aber man sieht dass meine leitung beziehungsweise auch mehr bringt ja und damit die karte auch damit ohne probleme klarkommt wie gesagt wir haben hier das dual band drin nur das einzige problem das zeige ich euch gleich was ich denn tatsächlich hatte ja das ist mit der verbindung ich weiß nicht ob das dann bei ich auch eventuell so sein könnte ja bei mir war es zumindest so einem anderen pc deswegen habe ich die als testweise jetzt mal hier rüber gebaut ja also wir haben hier hier habe ich verschiedene runs gemacht ja das ist jetzt der aktuellste und vorhin habe ich verschiedene wie gesagt gemacht da habe ich die treiber noch nicht installiert also würde ich schon fast sagen es bietet sich an hier die treiber zu installieren die sind auf einer cd dabei da braucht ihr einfach das reinzugehen in den ordner setup und so weiter und so fort ja nichts weltbewegendes und dann sollte das funktionieren ja sie funktioniert aber auch natürlich auch ohne schon dass wir irgendwas installiert aber natürlich für besseren support vor allem für windows 10 bietet sich das meistens an ja ich weiß die meisten von euch haben keine cd mehr oder kein cd laufwerk mehr ich kann euch höchstens den treiber wenn ihr wollt kann ich den euch hochladen auf mediafire oder so dann könnt ihr euch dann runterladen und beziehungsweise oder auch im usb stick dann packen auf dem pc je nachdem wo ihr die karte einbaut könnt ihr den dann quasi rüberladen oder ihr habt ein landkabel abgeschlossen und dann installiert ihr das erst und dann geht ihr mit dem pc offline also ich muss sagen ich konnte mit der karte jetzt hier keine probleme sehen auch zwecks spieler oder sonst irgendwas ja das funktioniert wunderbar mittlerweile keine verbindungsabbrüche soweit ja das einzige wie gesagt was ich hier nur feststellen kann ist tatsächlich ich musste hier reingehen habe mich gewundert warum mir das netzwerk alles angezeigt wurde aber wenn ich auf verbinden gegangen bin also ich habe eine fritz box ja und dann kam dann jedes mal wie war kann zurzeit nicht verbunden werden also hatte bis jetzt noch nie probleme gehabt mit solchen sachen und ja dann habe ich mal geguckt in einstellungen hier und habe das von auto also automatisch quasi hier auf h nac umgestellt und zeit dieser zeit funktioniert auch ohne probleme es kann natürlich sein dass es an meiner fritz box liegt dass die da so ein bisschen trouble damit hat oder dass die karte damit probleme hat ja aber ansonsten ist es eine solide karte ja also ich kann jetzt eigentlich nichts negatives dafür sagen ich meine das ding wie ich euch vorhin schon gesagt habe ja beim unboxing das kostet 25 euro die karte plus minus je nachdem wir haben hier zwei hatten ja wir haben hier den realtech chipsatz wir haben dual band 2,4 gigahertz netz ja wir haben das 5 gigahertz netz das problem ist oder beziehungsweise man kann die karte leider nicht in ein kleines gehäuse rein bauen ja weil da einfach das metall so lange ist ja außer man geht hier natürlich macht es mit dem drehmel flex ab oder keine ahnung oder man holt sich halt einfach ein usb stick aber ich muss sagen die karte für den preis also daumen hoch von mir kann ich auf jeden fall empfehlen wie gesagt ich kann nichts negatives eigentlich sagen bis auf dass das mit verbindungen hier dass ich das bei mir nicht klappt ja aber das kann natürlich von mir abhängig sein ja und in diesem sinne würde ich einfach sagen gönnt euch die karte ja ich werde es euch unten wieder reinhauen als link und in diesem sinne hoffe ich euch hat das video gefallen wisst ihr wie immer like da lassen wenn ihr möchtet ein abo ja und in die kommentare einpacken wenn ihr auch so eine karte habt oder wenn ihr interesse habt so eine karte ja ihr könnt auch mal gucken wollen mittlerweile gibt es auch die dmg ja gibt es die 35er variante bei intertech die hat auch noch bluetooth an bord und so weiter sofort also wer was gescheites sucht ja und nicht unbedingt hier 40 50 60 euro ausgeben will wie bei den anderen karten ja der kann das hier gerne tun mit der karte und der wird damit sicherheit zufrieden sein na also dann haut rein